Ich weiß, ich kann mich noch an eins erinnern, dass es auch noch richtig hässlich wird, da hoverst du nur die ganze Zeit. Boah, das freu ich mich ja schon drauf. Aber wie du siehst, hier oben ein Level, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Weiß halt nicht, ob alle ausgefüllt werden. Beziehungsweise mit denen jetzt zehn, das weiß ich auch nicht. Wir werden sehen, aber ich geh mal davon aus. Uh, Spinne. Nee. Denkt ihr euch doch aus. Haben sie keine alte Iterationen mehr gehabt. Rorick ist ein Mutant. Sein angeblich ist es so lautet, ein besseres Leben durch die Chemie. Doch was er wirklich will, ist der Tod aller Oberweltler. Dringe durch die alten Tunnel der U-Bahn bis zur Haltestelle Happy Land vor. Ich liebe das Happy Land. Pass auf dich auf, es ist ein Duster da unten. Over. Danke. Also scheiß Kamera plus Dunkelheit jetzt noch. Wir haben immer noch keine Blitzkarte ohne. Noch nicht? Haben wir noch irgendwas anderes Neues? Konkursionsstrahl, Hypergeschwindigkeitsraketen. Die hatten wir schon mal. Wir haben die Schockwellen, den Schockwellengenerator. Ah. Aber ich glaube, ich bleibe wahrscheinlich trotzdem beim Mörser. Der war für fern. Vermutbar, der Schockwellengenerator ist für ganz viel um dich drum herum sinnvoll. Das kann sein. Ich nehme jetzt auch mal wieder den Börser. Obwohl die andere Waffe eigentlich auch nicht verkehrt war, aber... Ne. Das kommt ihr hier wahrscheinlich immer aufs Level drauf an. Ja, eben. Sag mal, was ist ja immer. Das Level wäre wahrscheinlich der Flammenwerfer richtig gut gewesen. Ja, weiß ich nicht. Oh, diesmal platzen die Gegner wenig. Aber trotzdem nur in grün. Ne, aber schneller. Ja, stimmt. Wo muss man denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche hier was auf... Dings. Turrets. Also erstmal alles kaputt machen. Einfach erstmal alles. Da habe ich ja Spaß dran. Mia 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 mia. Das klingt irgendwie Hunde, ey. Nö. Ah. Ah, okay. Man kann hier also runterfallen. Oh. Und Schaden kriegen? Ja. Habe ich auch gerade so mitgekriegt. Ja, super. Was ist das denn für Scheiß? Naja, es sind halt Elektroschienen. Bin ich denn hier hochgekommen? Ich frage gar nicht. Hä? Ich habe keine Ahnung mit Anlauf. Ich bin mit Anlauf hier hochgekommen. Das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Da können wir wahrscheinlich ein Level abkürzen oder so. Abkürzen, ja. Da kommst du wahrscheinlich nicht hoch. Du musst mir aber währenddessen mal sagen, an welcher Kante du hoch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe da irgendwie so einen Double Jump gemacht. Ich war aus unten. Dann bin ich einfach gesprungen und habe weiter X gedrückt. Äh, Quatschrei gedrückt. Ich bin quasi so, ja, hier irgendwo an der Ecke. Hm. Keine Ahnung. Uh. Nein, 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 nein. Äh, das war's. Entschuldigung. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht. Los. Ach, mach's nicht kaputt. Ey, zu spät. Das war, das war jetzt wirklich irgendwie Bug-Using oder so. Ja. Ja, guck mal, wie weit du ohne mich kommst. Für den Speedrun sozusagen. Ja, guck mal. Ja, was soll ich denn machen? Ja, ich weiß. Du kannst ja irgendwie gucken, dass du in dem Level weiterkommst. Ja, sofern du halt nichts hast zum Heilen, will ich hier nicht unbedingt nochmal neu auf die Schiene. Nee, ist alles gut, ist alles gut. Ah, Mist. Ah, weg du, Penner. Äh, ich geh mal hier rein. Ah, ist ganz gut. Äh, seit Weihnachten nicht Werbung? Äh, seitdem Twitch Werbung schaltet einfach. Das ist normal. Dann muss ich sagen, finde ich nicht. Also ich hab, ich weiß, es gibt Werbung. Du bist ja auch Prime. Nee, auch bei Kanälen, wo ich nicht Prime bin, hab ich keine Werbung. Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Kann ich hören, auch immer. Vielleicht sind die auch Affiliate. Also, dass es diese ominöse Werbung gibt, aber gehört euch das auch noch nicht. Ja, so kann ich dir nicht sagen. Also, ich hab eigentlich schon immer Werbung, seitdem ich Affiliate bin. So, und ich bin hier ein Übergriff. Also nochmal probieren. So, geht der mal kaputt dahinten? Jägermeister Werbung ist ja noch schlimmer. Das unterstütze ich nicht, das prangere ich an. So, ich bin hier, ne? Und dann... Ja, ich weiß. Aber irgendwo müssen wir ja hier ein bisschen weiter kommen. Hätte ich mich nicht anlaufen? Ich weiß, dass ich mich hier bin. Na, egal. Ich suche mir das nicht aus, was die Verwerbung schalten. Also, das nur nebenbei. Apropos nebenbei, ich hab nebenbei keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich weiß es auch nicht. Oh, TNT-Kisten, ja geil. Das ist wieder mal so ein richtig geiler Level. Wenn man nicht sieht, wo man langen muss. Wollen wir hier durchlaufen? Ich hab hier irgendwie so ein Steg zum Hochlaufen, aber das ist, glaube ich, eher so Deko. Wack. Nee, ich glaub, du musst damit anlaufen. Wack. Wack. Äh, da nicht? Aber zu dem Grünen wahrscheinlich. Ja, aber da komm ich ja grad her. Ja, das... Der Hochspannungsschrabbel ist echt nervig. Ich hab keine Ahnung. Ey, das ist wieder mal so... Eps. Hütz. Och. Guck mal hier irgendwie hoch. Ach, guck mal hier. Ah, wir müssen hier alle, alle Klohäuschen hier kaputt machen. Ah, okay. Ja, wir müssen da alle Klohäuschen kaputt machen und dann gehen da die grünen Klospräche weg. Ah, okay, 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 okay. Verstehe, verstehe, verstehe. Na gut, dann machen wir das mal. Darf ich nicht mal was trinken? Los, Schnuffel, friss sie. Los, Schnuffel. Okay. Ja, du wiederholst dich. Immer dieses hier auf diese Scheißschienen gefallen. Ruhe da hinten. Jetzt komm ich vorbei. Komm ich halt vorbei. So was. Ja. Oh, jetzt. So, einmal Klohäuschen kaputt machen. Ihr habt keine WC-Steine nachgefüllt. Ja, nein. Ja, das stimmt. So. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier weitergeht. Ich vermute mal hier drüben. Könnten Sie bitte aufhören, die Wand zu besprenkeln? Ja, ich habe gedacht, ich schieße auf den Kugelgegner ja nicht getroffen. So. So. Ich muss erst mal gucken, wo du jetzt hin müsst. Quasi am Start den Weg einfach weitergehen. Da ist nämlich hier doch der Klozaun weg. Und da geht es hier jetzt auf jeden Fall weiter. Ah, das ist ein Panel. Ich drücke auf das Panel. Drücke auf das Panel. Ich habe aufs Panel gedrückt. Du guter. So, und jetzt hat sich irgendwas, da war das Panel, jetzt können wir wieder zurück, weil hier geht es nämlich nicht weiter. Super, hab ich den ganzen Weg hierher gelacht. Hier hat es sich aus Panelen gespielt. Hier vielleicht? Nee, ich glaube, da, wo der bunte Pfeil wieder mal ist. Ach, der Grüne, ja. Das kann sein. Dann laufen wir halt den landschaftlich schöner gestalteteren Weg hier. Wo ist das hier landschaftlich schön gestaltet? Wie, weiß ich nicht. Guck mal, ich habe den schon wieder gehabt. Hier, guck. Ohne dass ich was mache. Ich laufe hier dagegen und hübt da wie ein bekloppte hoch. So, aber hier geht es irgendwie auch nicht wirklich weiter, weil da ist eben wieder... Tox ist tödliche Schienen, aber ich vermute mal, wir müssen da weiter. Ich habe nicht vor den Schienen gewahrt. Ja, Quatsch mich nicht. Jetzt geh doch da hoch, du Arschloch. Boah, ich komme nicht hoch. Super. Ich komme nicht hoch. Toll haben wir es hier gemacht. Ja, entschuldige. Nein, der Herr wieder. Ja, ich bleibe auf den Schienen steht. Oh, Strom. Hm, das Britzelt so schön auf der Fuß. Das ist halt mein persönlicher Fetisch. Was soll ich denn machen? Den wir anders auslegen. Ich stehe halt auf Strom. Und Strom. Dort könnten nukleare und biologische Toxine sein. Was sind denn nukleare Toxine? Das weiß ich nicht. Irgendwas Nukleares. Irgendwas, was leuchtet. Im Dunkeln. Da müssen wir die Scheißdinger mal ausmachen. Dann machen wir auch schon ohne Probleme. Auch halte mal. Ich glaube, jetzt hier oben, du. Komische Grillstation. Dichtigen halt mal treffen da hinten. Sehr schön. So. Ruhig oben. In Hamburg. Ah, sehr schön. Dann drücke ich mal das Nöpfchen auf den Paneel. Ich bleibe hier einfach. Nöpfchen. Fall nicht, wer baut denn so? Ah, guck mal da hinten ist ein Aufzug. Ah, ja, ja. Ja, ist klar. Geht's nur wieder drum. Hier durchkommen. Und versahnt. Und Fasane hat da hinzukommen. Hüpf. Vorsicht, Vorsicht hier. Ist Loch. Doch, ein Loch. Doch. Ach, halt die Fresse. Macht da schon wieder jemand böse Sachen? Ja, wenn ihr da drüber hüppen willst, dann geht das nicht. Scheiße, ja. Komm runter, du. Na blödes Ding. Ja, es ist ja. Geh nach oben. Da geh ich halt hoch. Habe ich da kein Problem damit. Na toll. Und ich muss wieder warten. Ja, ich muss warten auf dich. Ja, wer ist denn schon wieder vorgerannt? Ja, ich. Ja, super. Ja, weil ich kann. Na klasse. Hast du wenigstens Milch gekauft? Nee. Ich habe Sahne mitgebracht. Ich will keine Sahne in meinem Kaffee haben. Und ich will nicht, also Kaffeesahne. Stirbkiste, nein. Warum denn nicht? Hat die der arme Kiste denn getan? Uh, ich habe mich angekistelt. Los, Schnuffi. Friss. Friss, Schnuffi. Schnuffi, wo willst du hin? So richtig macht er aber nichts. Schnuffi, komm zurück. Schlechten Eindruck da, Junge. Schnuffi. Nicht gut abgerichtet, das Schi. Schnuffi, schnau. Was? Was? Warum? Was stimmt mit dir, die Schnuffi? Schnuffi hat halt keinen Bock auf Riesenspielen. Bist du da ein bisschen doof? Ein bisschen ist gut. Ach so, Schnuffi greift von oben an und wenn die aber bei dem Gitter sind, wird er blockiert und kommt nicht hoch genug. Deswegen, soll ich übrigens mal Leben tanken? Das wäre eine ganz gute Idee. Dann mache ich das mal. Ich habe hier auch wieder ein verwegenes Knöpfchen. Soll ich da mal drauf drücken? Das kannst du auch gleich machen, wenn ich die Spinne weg habe. Irgendjemand ist aktiviert. Günther. Also gehört, Günther aktiviert. Ist jetzt mal ruhig oben. Meine Freie. Soll ein Fahrstuhl sein? Das sah aus wie Kulli-Deckel. Na, guck es dir mal an. Ja. Na, hallo. Ich bin nämlich schon auf so einen Kulli-Deckel draufgedämmelt. Das habe ich nicht mal als sowas identifiziert. Hier sind wieder Laser. Laser. Äh, ich muss alles wieder überkommen? Ich habe keine Ahnung. Ist die schon wieder für Quatsch gebraucht? Quark, quark. So, wo muss ich ihn hier lang? Also nicht. A, lacht da jemand. B, hab ich hier einen Aufgang gefunden. Kriegt auch aufs Maul und so weiter hin. So lacht da genau. Nimm den fliegenden Kulli-Deckel und los geht's. Ne, ich nehme den nicht. Warten nochmal eine Runde. Ja, sah mir gerade zu dreckig aus. Wahrscheinlich muss ich nicht mal dann noch... Weiß ich nicht. Ich glaube aber schon. Kulli-Deckel auf den Kopf gerichtet. Du siehst hier aber auch mal gar nichts von Fünfboden ist. Geht's da weiter? Geht's da weiter? Geht's hier langkommen. Ich will nicht. Du guckst da noch zu. Jammer doch nicht, du blöde Kuh. Das ist der Hammer. Mir wird schwindlig in meinem Rollstuhl zu Hause auf der Arbeit mit beim Kaffee in der Hand. Uiuiuiuiui. Tüffi. Da hinten ist irgendwas. Ich zermörsers mich. Ich zermörsers mich. Ach, es war noch Reklam. Ja, super. Das hätte ich Reklame zerstört. Oh, Mann, ey. Schwerpunkt braucht eh keiner. Das ist richtig. Kann das sein, ob wir da runter müssen, irgendwie? Weiß ich noch nicht. Ich habe ja auf jeden Fall nochmal den Gulli-Deckel aktiviert. Und da schießt du wieder. Da unten ist nochmal ein rotes Knöppli. Ich habe auch nicht gemacht, dass die Laser aus. Da komm ich hüpfe nur noch. Du. Attacke. Aha. Alles zerstören. Hebebühne. Aktiviert. Hebebühne. 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 Dann gehe ich mal Schnuffi für drauf. Das ist natürlich auch richtig toll, dass hier auch Fahrspüle als rote Punkte markiert sind und somit noch weniger weißt, was wichtig ist. Achso, sind das dann quasi wie Gegner markiert oder was? Nee, aber Hebebühne Punkte, so breit grün. Das ist eben rot. Aha, guck mal. Wir haben hier noch einen Reklinik-Deckel. Ich weiß nicht, ob man da hin muss. Ich weiß ja auch nicht, aber es sieht so aus, weil hier überall diese scheiß Markierungen Quatsch, die grünen Dinger sind. Guck mal, ich gehe mal. Oh, halt, warte, du könntest eventuell nicht, weil. Haha, hab's ausgemacht. Lalalalalalalalala. Was? Kannst du nicht mal normal reden? Das passiert, wenn du deine Aussprache mit Comics Hans definierst. Nur warte doch mal auf mich gut ruhen. Watt, watt, watt. Ich möchte auch... Oh, du hast das Ledergitter ausgeteilt. Oh, ausgetreten. Du hast das Ledergitter ausgeteilt. Ja, schnuppi. Was? Oh, das ist das Ledergitter ausgeteilt. Oh, da sind halt so zwei, drei Gegner da hinten. Ja, und schnuppi hat mal wieder nur Probleme damit. Ja. Wegen Gitter. Gitter! Wir hassen Menschen. Ja, ja. Ist ja gut. Stell dich hinten an. Er nur wieder, ey. Ich hab hier lacht. Will wenigstens Formular aus, du, Heini. Oh, hinten ist wieder Mr. Spider. Lauf, Schnuppel! Schnapp ihn dir! Blablablabla. Endlich! Ja, super. So läuft das. So, ich befürchte, wir müssen... So, die grüne Masse. Ja. Ups. Oh, mal gucken, ob das was wird. Ich, Anish, möchtest du eventuell mal zwischenspeichern? Komm, wenn. Ja, ja, ja. Ich speichel mal dazu. Ich speichel mal. Ich weiß, es ist nicht ganz so fair. Ja, aber nicht ehrlich, war die schon fair. Lava. Ich komme aber nicht, keine Etage höher. Ah, man kann hier laufen. Oh, Fummel. Ja, super. Über die Pilze springen. Ach, du Scheiße. Aber, 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 aber. Ja, wem die Pilze gehen. Ah, meine Sprunghydraulik am Arsch, Junge. Nein, ich weiß schon, ob wir gespeichert haben. Es ist immer lustig, dass da so eine Puppe noch rausfliegt, aus diesen... So, okay, das Ganze noch mal. Aber, wie gesagt, gut, dass wir hier gespeichert haben. Ja. Ich bin ja schon oben. Ah. Ja, was ist das? Da hat kommen wir eine Milchepilze zu verkochen. Lotz, schnappi. Aua. Eine gute Gelegenheit, eine Sprunghydraulik zu trainieren. Nein, wie geht mir hier? Da sind da irgendwelche Riesenfledermäuse hier. Um, 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 um. Ruhe, hier oben. Was ist das ab, du Drecksvieh? Hollywood hat einen Bodyguard, sei vorsichtig. Ja, der heißt doch so. Ach, in Hollywood gibt es mehrere Bodyguards. Stimmt. Oh, Engi treffen aber auch jedes Mal die Assis. Ah. Durch bist du hier im Leben, dann können wir hier gleich nochmal sprechen. Sehr gut. So. Ich glaube an dich. Ach, wo immer auch du bist. Ich habe keine Ahnung. Ich bin hier irgendwie... Scheiße. Ah, Kiki. Kiki, oh mei. Ah, nein. Scheiße. Nö, dieses Spiel. Ah. Ist Lava, ja. Wir wissen es. Ich habe lavafeste Schuhe an. Das ist Lava nicht. Das ist Lava. Der Fußboot ist aus Lava, Junge. Aus Lava. Muss man alles kaputt machen, ne? Noch jemand ohne Bildchenpauschein? Hollywood hat Bodyguards. Das ist schön für Hollywood. Au, ah. Diese fliegenden Viecher hier. Lavafußbooten. Ja, da quatsch ich die ganze Zeit zu. Ey, hinterher hast du nur noch... Hast du solche Ohren dran. Hast du dann auch keinen Bock mehr? Den Lava. Mr. Lava, Lava. Mr. Lava. So. Ich bin Lava. Äh. Oh, leck mich doch mal, ey. Das gibt's doch nicht. Beeil dich, Juhi. Ich versuche es doch. Hilfe. Ich muss den ganzen Scheißweg und zurücklatschen. Ich wäre bescheuert, Räger. Ach, halt die Fresse. So. Oh, gerade zugeschaut. Ey. Scheißviecher wieder da. Ich würde sagen, Beeil dich. Es ist ja ein bisschen doof, kein Leben zu haben und dabei gegen den Boss zu kämpfen. Ach, standbar. Man hat schon geraucht. Ja. Er soll doch nicht rauchen. Ist doch verboten. Scheinbar nicht. Adi, Mann, Mann. Ich weiß nicht. Warum auch immer die hier. Ich weiß nicht, was die früher bei den Spielen immer mit Pilzen hatten. Egal. Putation, Verwandlung. Wir könnten uns was ausdenken oder wir nageln einfach Pilzen. Okay. Und du willst doch zwischen Leber und Milz. Passt immer noch ein Pilz. Oh, nee. Ey, dieser Dreck da. Wieder drunter geflogen. Können Sie es bitte verlassen? Ja, ich würde ja gerne. Mach mal, es war so wutschig auf dem Pilz. Ja, da läuft sein Bodyguard. Ich gucke ein Bodyguard. Sag mal ein bisschen hallo. Ja, weil ich noch nicht wollte. Ich weiß noch nicht, ob ich schon wieder anfangen soll, gegen ihn zu kämpfen. Ich war auch lieber, ob du da bist. Ja, das kann sich nur in Stunden handeln. Leck mich doch. Es ist einfach nicht meins. Ach, ich bin vorne auch die ganze Zeit irgendwo zerbreckelt. Wir sollten auch einen Deathcounter hier einbauen. Pröslich. Keine Absensurte hier. Absensurte wäre ganz gut. Hätte man noch einen Hackantrieb. Ey, ich springe aber auch wie so ein... Aber jetzt kann ich dich beruhigen. Jetzt bin ich auch unter... Todes Eichhundchen, ey. Jetzt bin ich auch mal geplumpst. Aber ich weiß noch nicht warum. Ich glaube, ich... Hat die Olle Fledermaus geschubbelt. Das ist Drecksvieh. Los, schnappi. Was? Na, jetzt war ich wirklich dran schuld. Schrecklich, ey. So. Hüpfte mal zweimal. Das ist mein Problem. Ja, ich habe wieder ohne geplopst. Ey, leck mich am Arsch. Das gibt es nicht. Das ist ein Dreck hier. Ey, weißt du... Boss Gegner, kein Problem. Aber diese scheiß Sprungpassagen, ey. Die killen mich. Ja, natürlich. Als hätte diese Sprungpassage nicht gereicht. Wir müssen noch ein bisschen mehr Stress einbauen. Ach, du gehst immer hier lang. Ich wollte mal, ne? Ich bin... Da war einfach mal ein anderer Weg. Ich glaube nämlich, da kommt man irgendwie nicht lang. Ich bin da jetzt auch die ganze Zeit lang gesprungen. Ich vermute mal, das ist sowieso Ablenk-Fake-Pilz. Deswegen gehe ich auch wieder jetzt hier rechts rum. Das ist mein Sackgang. Oh, ich habe es geschafft. Ja, wir kümmern uns aber erst um den Bodyguard und dann nehmen wir hier. Ja, manche mal. Nein, nicht mich treffen. Nicht mich treffen. Du fieser Blecheimer. Auf Wiedersehen. Wieser Hund. Ich sag doch, Gegner sind kein Problem. Auch diese scheiß Spurpassagen. Magst du denn nochmal speichern? Ja, auf jeden Fall, ey. Oh. Ach, wenn ich mal schon so bist du die schweißtreibend. Bisschen ist gut. Naja, drüben hinter der Wand ist wieder was. Kommt mir schon vor, wie so ein bisschen das Aquarium, ey. Blip, blip, blip. Au. Hey, höflicht Reklame. Ja, die habe ich gerade kaputt gemacht. Die Raison zeigen die Schweizerin Lava an. Ja, klar, natürlich noch Lava. Hey, wir haben alles hier. Was? Meine hitze Schilde könnte der Lava nicht lange standhalten. Ey, das Ding, ey. Die Lava ist nicht unangenehm. Willkommen in der Hölle volle. Ja, ja. Grüße. Was ist denn das? Das einsammeln können? Ne, das ist ein Teleporter. Da kannst du, glaube ich, durchlaufen und dich zu Teleporternieren. Warte, ich probiere es mal. Wow. Au. Energieimpuls? Ne, ne, ne. Ne, ne. Ah, ne, ne. Ah, zurück. Zurück. Wie zurück? Da haut einer mit dem Ärmchen. Ach so. Ah, ne, das schaffe ich nicht. Militärisch. Ich glaube nicht, dass das militärisch ist. Guck mal auf ihn zu schranken. Ja. So. Schikane. So. Jetzt wieder so Ärmchen. Kann man einfach hinterher latschen. So Winkelärmchen. Hm. Genau das. Komm, wir bauen eine geheime militäre Station. Was brauchen wir? Winkelärmchen? Ja, das Beste. Das sind so eine Art billige Scheibenwischof. Wie, wie, wie. Oh, so. Ich drücke den Knopf. Ich laufe mal weiter. Ich höre keine Ahnung, wie hier runterkommt. Da war ein Paarstuhl wahrscheinlich. Scheiße, ja. Da hab ich nicht zu sehen. Da hat er doch auch die Decke geschraubt. Ja. Komisch. Nervdinger. Obens noch ein Knöpfchen? Ja, ich will es aber. Ich brauche den Teleport zu mir. Da ist der Teleport zu mir. Da drüben, ne? Batsch. Aha. Drüge drauf. Drauf genutzt. Sehr gut. So, ich habe Synergie erzeugt. Hm, herrlich. Hm, Energie. Schnelleschnitzel erzeugen, wäre mir lieber. Aber okay. Das wäre auch nicht verkehrt. Und auch eins nehmen. Blablablablabla, blablabla, 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 blablabla. So viele gelbe Kisten an ihm und vorbei losen. Hm. So will ich noch richtig? So. Ja, super. Ja, super. Dö, 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 dö. Ist auch was. Ja, mach die Wege doch noch ein Stück kleiner. Klar, aber auch nicht. Ich sag doch, Schikane. Alles nur Schikane. Hä? Geh mal ein Stück weiter. Ich komme nicht weit. Sehr gut. Okay. Oh. Was ist denn das hier für den Dreck? Jetzt sind wir wirklich bei der Pultenis Lava. Magst du vielleicht wieder? Also ich weiß ja, überdrehen es vielleicht. Aber ist es, glaube ich, sicher. Ja, ach. Mein Gott, es stört ja niemanden. Okay. Glaub, da sagt auch niemand was dagegen. Wenn wir hier einfach mal so ein kleines Speicherchen machen. Ich lasse dich vor. Ich lasse dir den Vortritt quasi. Ähm. Ja, genau. Du siehst meine Probleme. Ich sehe das. Ich sehe das. Also, ähm. Okay, dann, äh. Ja, jetzt. Hm. Okay. Mit ein bisschen Timing und ein paar Wurstfingern funktioniert es. Du solltest es hier gerne auf die Plattform stellen. Oh, grazil wie eine tote Katze, ey. Guck mal, weil ich so hin- und herschiebe Plattform. Oh, come on, ey. Echt jetzt? Schon ein bisschen wie Verarschung, ne? Ich komme nicht rein, der Ruhr vor allem ist zu kurz. Tolle Karte. Hm. Ich bin der Säulenlader. Ja, du. Theoretisch könnte man ja auch einfach drauf springen, aber ich traue mich halt auch nicht. Ich auch nicht. Ich kenne mein Sprungglück. Nur noch eine und die Kuppel ist voll aufgeladen. Nein. Ja, es war mein Sprungglück. No. Sag mal, ich treffe den scheiß Schalter. Das gebe ich doch nicht. Jetzt. Ja. Ja. Hauptteleporter aktiviert. Dann, wenn man dann, nein. Sag mal, dass man jetzt eventuell nochmal irgendwo ein bisschen Leben kriegt. Du musst dahinter. Ach so. Ach, scheiß auf die Mutanten. Lächerlich. Mach nur, mach nur. Okay, hier sind wir jetzt hier drüben. Entweder ihr macht es oder wir machen es selber. Hier drüben. Ah, okay, da kommen wir auch nicht weiter. Oh, nee. Los nicht. Ich will nicht. Dafür haben wir auch ein bisschen überhaupt. Ich bin da rumgelaufen. Welchen wo? Mach mich doch nicht. Doch frei, aber. Mann, oh. Also das ist da, wo man vorne eigentlich auch nicht immer antworten geben auf alle. Ich bin auch nicht so. Ist es jetzt hier wieder runtergerutscht? Nein, ich bin da hinten rumgelaufen. Ah, ich sehe es. Da sind wieder rote Knöpfe. Da lacht wieder so eh noch dreckig. Nein, wie doll die Kusche. Warum werden die Level jetzt alle immer so zweebenig? War nicht so lang. Ich habe das rote Knöpfe gefunden, was du meinst. Ich muss ein wenig ins Schloss geben. Wirklich, danke. Ah, ja. Ach so, du hast das gefunden? Ich habe den hier gefunden. Sehr gut. Das könnte es gewesen sein. Such einen Zugang zum Schloss. Ja, danke. Genau. Ich renne nochmal zurück. Stückchen. Hä? Vielleicht von oben? Ja, aber wir haben ja eine... Ach hier. Vorsichtig. Hä? Warum? Da hatte ich die Textur angeschossen. Oh, welche Textur.